Die Feuerwehrleute Die Flir K Serie bietet sehr preisgünstige Wärmebildkameras. Sie wurden speziell für die hohen Anforderungen im Bereich der Brandbekämpfung entwickelt und halten somit harten Einsatzbedingungen stand. Zwei unterschiedliche Modelle sind erhältlich, Flir K 50 und Flir K 40. Dank ihrer Fähigkeit, durch Rauch hindurchzusehen, hilft die Flir Wärmebildkamera der K Serie, den Feuerwehrleuten dabei Opfer in einem mit Rauch gefüllten Raum zu lokalisieren. Ideal für die Brandbekämpfung innerhalb eines Gebäudes. In der Lage zu sein, durch Rauch hindurchzusehen, ist bei jeder Brandsituation wichtig. Musik 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 Die FLIR-K-Serie eignet sich ebenfalls für den Löscheinsatz in Industriebetrieben. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, lässt sich mit ihr erkennen, ob bestimmte Bereiche der Industrieanlage noch heiß sind und ob Explosionsgefahr besteht. Die Fähigkeit der K-Serie Temperaturen zu messen, hilft den Feuerwehrleuten auch dabei, das Risiko des Übergreifens eines Feuers abzuschätzen. Mit der Temperaturmessung liefern die Kameras der K-Serie wertvolle Hinweise, ob die Gefahr von Backdrafts besteht. Dank der einfachen, intuitiv zu bedienenden Benutzerschnittstelle können sich die Feuerwehrleute auf ihren Job konzentrieren. Die K-Serie lässt sich mit nur drei Tasten oben auf der Kamera bedienen. Das ist optimal für Feuerwehrleute, die mit Handschuhen arbeiten. Über die Taste für den Zweifach-Zoom lässt sich eine Situation genauer betrachten. Die Kamera besitzt unterschiedliche Farbmodi, sodass sie in jeder Situation einsetzbar ist. Wärmebilder lassen sich in der FLIR-K-Serie speichern und später wiederverwenden, um einfache Berichte über die Geschehnisse am Einsatzort zu erstellen. Ein auf Wunsch erhältliches KFZ-Ladegerät kann im Feuerwehrwagen montiert werden, sodass die Wärmebildkamera stets einsatzbereit ist. Feuerwehrleute haben einen gefährlichen Job. Mit den FLIR-Wärmebildkameras der K-Serie können sie ihr eigenes Leben schützen und das von anderen Menschen halten. Feuerwehrleute Untertitelung des ZDF, 2020